Ich glaube, du hast einen Vogel. Kann das einen? Ich bin mit seinem Handy dran, ohne irgendwelches Mikrofon. Ah. Ah. Endlich. Was für feg ist das? Das sieht ja gar nicht gut aus. So, für den Vlog jetzt noch mal. Was gerade passiert ist der Story. Nein, das wollen wir nicht erzählen. Wir wollen diesen Typen nicht öffentlich demütigen. Also da war ein Typ im Bus und der wollte ganz dringend raus. Und dann hat er sich dabei erleichtert. Das ist doch scheiße. Ein normales Papier oder so. Jürgen, das ist ein Glasreininger. Das ist ein Gegehe, du. Ja. Oh, Junge, meine Nachen. Na, du bist geboren. Ja, das ist richtig. Alter. Das ist doch gut. Was soll ich machen? Was ist da los? Das hab ich geklaut. Auf der Nackte? Na gut. Was soll ich machen? Du bist ein Junge. Du bist ein Junge. Wollt ihr ein Pool haben? Die hat mich so, ja. Ich hab natürlich so, nee. Weil kein Bock auf Arbeit. Ja, okay. Was machen wir? Wirklich? Wir brauchen Drecks Pool. Wir haben jetzt mehr Arbeit. Was? Richtig. Jetzt kann man wirklich so richtig scheiße. Wir hatten eine Fräse. Also der Plan war, also Räse. Das ist eine Fräse. Du meinst, ne? Das ist eine Fräse. Du meinst? Ich meinst, das ist eine Fräse. Ja. Das ist eine Fräse. Du meinst locker eine Kreissäge. Nein, du meinst den Fack. Ich komm dazu, okay? Okay, okay, okay. Wollte ich alles auch nicht wissen. Wollte ich auch nicht wissen. Wollte ich auch nicht wissen, muss ich sagen. Wer hat die Fräse nutzt, um den Boden zu lockern. Ist ja wahrscheinlich immer ein Pferd mit dem Kreis. Das ist doch keine Fräse. Klar, der ist doch mal eine Fräse. Nein. Safe. Safe. Dann schaut er raus. Ist doch scheißegal. Weil? Für jede Mal nach 10 Minuten kaputt. Die Wahl vor. Es war nur scheiße anstrengend. Oh. Ich hasse euch alle. Jetzt kannst du das fangen in den Vlog rein, sag ich dir. Ich schon 1 Minute 25, falls sie zu sehen. Oh scheiß. Dann mach bitte die Queen mal aus. H5. H5? Geht nicht. Warum nicht? Das darf ich nicht sagen. Geht nicht. Scheiße, Mann. Ich spiele Dame H4 Schach. Mach mal bitte einfach mal die Dame diagonal. Du stehst im Schach. Hallo. Schach bist du, Mann. Mach mal. Du hast nur 25 Sekunden. Dann muss man bitte die Dame wieder zu. Nee, das geht auch nicht. Nee, das geht auch nicht. Scheiße, Mann. König auf G1. Geht nicht. Scheiße. Mach bitte mal den Turm auf G3. Hab ich. Hab ich gemusst. Es soll dir Plus gehen. Du hast nur 4 Sekunden. 3. 2. 3. 3. 3. 4. 3. G3 geht nicht. Du bist im Schach. Scheiße, Mann. Bist du bitte nicht durch? Was hab ich überhaupt noch? Und da, und da, und da, und da? Du musst die Zeit ablaufen lassen. Nein. Nein. Ich meine, Niklas ein Training oder so gemacht hat, was da steht. Da sind drei Ringe geschlossen. Das ist langweilig. Wie sieht ein Drecksdeb aus? Wie scheiße. Jetzt aber, jetzt aber. Das ist ein bisschen nicht mit dir. Ich hab keine Worte von dir. Ich wollte dich übertreiben, ne? Ja, kommt ja nicht mit deinem Teil an. Hier sind Zahlen drin. Nein, da ist die Zahlen drin. Da ist die Zahlen drin. Da steht noch warten jetzt. Warte, 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 warte. Ich kann doch was Unwertiges abgeben. Ich geh mal kurz in den Schüler, ne? Ja. Der Drecksdeb ist komplett lost. Hey, wo seid ihr? Teams. Hey, wir sind in der Schule. Ich geh mal an die Aufmatikrufer rein. Och, Junge. Oh mein Gott. Das ist jetzt ärgerlich. Das war eh nix. Klar, ein Substyle. Soll ich jemand in der Schule sein? Die Gründer haben das Programm abgeben und sagen, das ist fertig so. Alles funktioniert super. Und wenn er es öffnet und das testet, funktioniert nicht. Und dann denkt er sich wahrscheinlich, dass es an seinem PC liegt. Genau das tut jetzt nicht. Wenn wir jetzt sagen, dass wir saulang daran gearbeitet haben, dann weißt du, wie dumm wir wirklich sind. Ja, das haben wir doch geschrieben am Anfang. Achso, okay, dann ist gut. Ey, das kommt nicht in den Block da. 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 Du hast gerade die Maske in den Müll geschmissen. Du hast gerade die Maske in den Müll geschmissen. Als der Bus kam, hast du die rausgeholt. Nein, ich hab mir die Luft geholfen. Dann hast du die mit dem... Dann wurde die vom Wind in den Müll gefahren. So, das ist also die Story. Du hast die hochgefallen. Okay, okay. Einfach wegen Kinder. Hast du mit so einem Figuren geschoben? Ja, Juno, die Scheiße nach Rauch geschoben hat und gleich voll von der Herbst war. Deswegen wedelst du die jetzt hier unten in der Luft. Ja, ein bisschen... Nee, halt ein bisschen den Groh rausbringen. Was machst du denn da? Im nächsten Vlog war ich grillen. Guck dir den hier an, bitte. Weil das ist cool. Guck dir am besten alle Vlogs an. Das ist leicht gut. Schönen Tag noch. Tschüss. Fuck, Digga. Ich hab natürlich drüber nachgedacht, dass du das rausholen musst, Digga. Digga, du scheiß Kackteil. Was mache ich jetzt?